Na alle zusammen, ich bin jetzt wieder heute und hab ich wieder für euch in den Channel Lens unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um ein paar Bergungskisten. Ich war nämlich wieder fleißig und hab hier mit meinem Priester ein paar zusammengesammelt. Wir haben hier 20 Bergungskisten, die wollen wir jetzt aufmachen und ich brauche nur noch ein Item mit dem Priester und zwar die Hose. Und ich hoffe, ich hab ein wenig Glück. Dazu werden wir einmal hier den Chat rausziehen und gucken wir mal, was wir da so schönes drin haben. Also die Dinger heißen große Bergungskiste. Oh ne, hier kleinmalen wollen wir nix. TSM, nein danke. Uh, was haben wir da? Ein blaues Item. Ah, das ist ein Upgrade-Gedönse. Für, uh, warte mal, da haben wir Stiefel. Das ist wirklich ein T-Mock, aber die hab ich schon. Schauen wir mal weiter. Bisschen Ressourcen. Noch mehr Ressourcen. Waffen-Upgrade-Item. Noch ein Waffen-Upgrade-Item. Mehr Ressourcen. Die Kisten kriegt man übrigens, wenn man hier dieses Wiederherstellungsgebäude hat, falls ihr euch das fragt, und dann die Mission in der Garnision macht. Zumindest man hat eine Chance, diese Kisten zu kriegen. Meistens kriegt man diese kleinen Säcke, ne. Aber mit einer gewissen Chance kriegt man halt auch die großen Kisten. Und da kann halt dann dieses komplette T-Mock-Set drin sein. So einen neuen hab ich jetzt noch, aber leider sieht es jetzt gerade ein bisschen schlecht aus. Ich krieg hier irgendwie nur die ganze Zeit Garnisions-Ressourcen raus, von denen ich jetzt nicht schon genug hab, ne. Also da wirst du eh schon zugeschmissen, vor allem bei den Missionen unter anderem. Ah, drei Kisten noch. Komm, gib mir die Hose. Zwei noch. Eine. Ah, schade. Also wir hatten den T-Mock bekommen, ne. Aber blöderweise das Falsche, das hatte ich schon. Und ja, heißt für mich, ich farm wieder ein paar Kisten zusammen. Und sobald ich wieder 20 hab, mal gucken, je nachdem bei welchem Char, werden wir mal wieder loslegen. Aktuell brauch ich noch eins beim Dekar, fünf beim Hunter, dann sind es vier beim Magier, drei beim Paller, eins beim Priester, drei beim Rogue, sechs beim Schamanen, eins beim Hexer und noch drei beim Krieger. Also, naja, ein bisschen was noch offen. Einige hab ich tatsächlich auch schon. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder, wenn ich wieder genug Kisten hab. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.